Geldsysteme allgemein Teil 3 Geldfluss Das letzte Element in der Grafik, die im letzten Beitrag kurz vollständig gezeigt wurde, ist der Geldfluss. Ein großer Pfeil in Orange, der genau diesen anzeigt. Der Geldfluss strömt in der Grafik das Rennen von links nach rechts bzw. von hinten nach vorne. Das Geld ist die Energie, welche die Teilnehmer zur Teilnahme befähigt. Und jeder Teilnehmer versucht, einem anderen Energie wegzunehmen. Denn nur dadurch können diese sich Stück für Stück weiter nach vorne bringen oder auch nur im Rennen halten. Wer Energie, also Geld, verliert, fällt zurück. Wer Energie bekommt, kommt voran. Status 2, Tafel 2 Jedes Rennen hat seinen Verlauf. So auch dieses. Das Ausdünnen der Mittelschicht ist eine logische Folge der Benutzung eines Geldsystems. Menschen, die sich im Mittelfeld befinden, haben ein ausreichend großes Energiepotenzial, das für die vorderen Gruppen interessant ist. Es wird von diesen aufgezehrt, sodass sie noch mehr Abstand zur Unterschicht erhalten. Die ausgezehrten fangen zurück. Vielleicht sogar in die große Masse. Dort versuchen sie, von gleichstehenden oder weiter hinten liegenden erneut Energie zu ziehen, womit jene noch weiter zurückfangen. Nur ein kleiner Teil, dessen Fokus streng genug auf Profit liegt, schafft es, sich der Spitzengruppe zu nähern. Dort aber sind sie selbst Opfer der Geldhungrigen oder rücksichtslos genug, sich dort durchzukämpfen. Es ist ein einziges Schubsen und gegenseitiges Wegnehmen. Um den Nutzen ihrer Produkte geht es schon lange nicht mehr. Das sind nur die Dinge, mit denen sie an das Geld der anderen herankommen. Mehr nicht. Andere wollen allerdings mit diesen Produkten Geld beschaffen und daher ist der Nutzen für sie noch wichtig. Und sie haben genügend Geld, um gegebenenfalls eine Klage anzustrengen. Daher ist der Anbieter dort auf Qualität bedacht, wo ohne diese Kosten oder Klagen zu erwarten sind. Ansonsten sollte es ihm egal sein. Einige kommen so weit voran, dass das in Schlagzeilen gipfelt wie Heute gibt es mehr Millionäre als früher. Noch mehr fallen zurück. Über die schreibt man auch, an anderer Stelle. Aber so, dass das schöne Bild nicht zerstört wird, dass jeder mit Fleiß und harter Arbeit es in die Spitzengruppe schaffen kann. Durch diese Darstellung wird auch deutlich, warum eine Stütze einzelner Personen oder Unternehmen nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein kann. Der Geldfluss und seine Beschriftung machen deutlich, dass der Reichtum, egal welchen Standes, auf der Armut der anderen und Ärmeren beruht. Auch die Aktivitäten der Weltbank mit Mikrokrediten für die Subunterschicht in einigen Ländern sind daher, wie bereits öffentlich bekundet, ein Strohfeuer und langfristig wirkungslos. Von kritischen Ökonomen wurde das Verhalten als Auspressen dieser Schicht enttarnt. Auch Fairtrade ist Augenwischerei. Es werden dadurch nur einzelne Betriebe gestützt, auch wenn es viele einzelne Betriebe sind, die am Programm teilnehmen. Aufgrund der Konkurrenz müssen andere benachteiligt werden. Geld schafft keinen Ausgleich, sondern Ungleichheit. Armut kann durch Handeln nicht gemildert werden oder verhindert, sondern nur geschaffen und verstärkt. Es ist eine Sache der Logik, dass jemand ärmer werden muss, wenn sich das Einkommen anderer erhöht. Und es sind nicht die Reicheren, von denen das Geld genommen wird. Geld wird eigentlich automatisch, allein durch Handel, aber auch aktiv durch Finanzprodukte und inszenierte Krisen von hinten nach vorne beziehungsweise von unten nach oben von wenig zu viel verlagert und die Ärmeren durch Abhängigkeiten zur Beihilfe genötigt. Was geschieht, ist eine aktive Wegnahme, eine legale Nötigung zum Einwilligen in erzwungene Abhängigkeitsverhältnisse, kurz Lohnarbeit. Damit soll jedoch nicht gesagt werden, dass es keine Menschen gibt, die in ihrer Lohnarbeit keine Erfüllung finden. Sie sehen ihre Lohnarbeit eher als Aufgabe, doch der Anteil dieser ist deutlich geringer und sie hätten nichts gegen eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Zins- und Geldschöpfung Zins- und freie Geldschöpfung bestimmter Einrichtungen wirken nicht ursächlich für die Verhältnisse und den Lebenslauf eines Geldsystems, sondern nur katalytisch. Sie dienen aber als Sündenböcke für die Verarmung und immer grausamer werdender Lebensverhältnisse der unteren Schichten. Damit sollen Menschen zum Erhalt monetärer Systeme bewegt werden. Sie lenken von der stattfindenden und essentiellen monetären Vermögensverschiebung ab dem Zweck des Geldsystems selbst, welcher die tatsächliche Ursache für die Verarmung ist. Denn ohne diese Verschiebung wäre Geld sinnlos und überflüssig. Und wenn Geld nicht mehr benutzt wird, kein Mangel mehr generiert werden kann, verliert es seine Kontroll- und Steuerfunktionen. Es wird als Machtmittel unbrauchbar. Einteilungen in relative und absolute Armut, Armut anhand des Durchschnittseinkommens, Einteilung der Geldmenge in verschiedene Untermengen und Ähnliches dient meiner Meinung nach lediglich dazu, einen einfachen Sachverhalt zu verkomplizieren. Damit werden Sachverständige notwendig, die einem Wort gewaltig erklären, wie kompliziert das alles ist und der einfache Teilnehmer besser nicht darüber nachdenkt, womit wir wieder beim Zitat von Henry Ford wären. Wenn ein Mensch aus Nahrungsmangel derart schwach ist, dass er keine Arbeitskraft hat, die er verkaufen könnte, selbst wenn es Lohnarbeit gäbe, den interessiert herzlich wenig, aus welcher Menge das Geld stammt, das er nicht erhält, zu welcher Form von Armut die Seine gehört. Denn es ist ein Fakt, dass trotz dieser Verwissenschaftlichung Armut und Hunger nicht beendet werden können. Der Grund dafür ist nicht fehlendes Wissen, schon gar nicht fehlende Nahrungsmittel. Der Grund ist der Umstand, dass Lebensmittel Waren sind und daher gekauft werden müssen. Das wird aber als Ursache für den Hunger nie genannt. Andererseits werden immer noch Methoden gesucht, noch mehr Nahrungsmittel herzustellen, obwohl bereits fast ein Drittel aller Lebensmittel unverdorben, teils frisch produziert, weggeworfen werden. Vielleicht in der Hoffnung, dass der Preis fällt? Wie billig müssen Nahrungsmittel werden, damit diese von Menschen bezahlt werden können, die genau kein Geld besitzen, egal in welcher Währung? Menschen, die monetäre Erfolge in diesem System in allen Schichten feiern, übersehen, dass dieser auf der Armut anderer in tieferer Ursache den verhungernden Menschen dieser Welt beruht. Sie übersehen es, weil sie das Wirtschaftssystem, dem sie frönen, das sie feiern und glorifizieren, in dem sie so erfolgreich sind, nicht verstehen. Das Rennen zeigt, dass es mit einem Geldsystem nicht möglich ist, dass jeder zu einem lebensfähigen Lebensstandard kommen kann. Das gibt die Logik des Geldes nicht her. So funktioniert es nicht, weil der Reichtum des einen auf der Armut mehrerer anderer basiert. Der Vorteil des einen ist der Nachteil der anderen bis zu deren Vernichtung. Der Reichtum oder die Besserstellung wurde dadurch erreicht, dass anderen etwas geschickt weggenommen wurde. Ja, das kann auch mal zum beiderseitigen Vorteil geschehen, meistens jedoch, sonst wären die Verhältnisse anders, ist der Vorteil mindestens einer Seite nur vermeintlich. Gibt es Alternativen? Ja, die gibt es. Das bedeutet, wir als Menschheit haben eine Wahl. Entweder wir können mit einer ähnlichen oder anderen monetären Wirtschaftsweise fortfahren und die Unannehmlichkeiten, die bei vielen Menschen zum Tod führen, in Kauf nehmen, auch wenn sie uns selbst betreffen. Am Rand der Existenz trösten wir uns damit, dass es eben systembedingt ist und dass wir dieses System gewählt haben. Jedes andere Wirtschaftssystem, das weiterhin auf der Güterverteilung mittels Geld beruht, ist nur eine Variante des Aktuellen, welches unausweichlich zu den gleichen Ergebnissen führt, inklusive aller Gewalt und Zerstörung. Jedes Geldsystem ist lediglich eine Variante des heute sogenannten Tauschhandels, womit es in einer Tauschwirtschaft, also Ware gegen Ware, nur die Frage ist, welches Medium die Geldfunktion übernehmen wird. Oder wir können als echte Alternative und nicht nur eine Variante des bisherigen eine Wirtschaft aufbauen, die nicht auf Tauschlogik und gegenseitiger Aufrechnung basiert. Dafür gab es bereits einige Ansätze. Einige Gemeinschaften haben das bereits gelebt. Sie wurden von Menschen erschossen, die das in diesen Beiträgen Dargestellte nicht verstanden haben. 14 Billionen andere Lebewesen auf diesem Planeten leben ohne Tausch und gegenseitige Aufrechnung. Es geht anders. Und ein Dazwischen gibt es nicht. Und zwar deshalb, weil ein Geldsystem danach strebt, sich ständig zu erweitern. Es giert nach Umsatzmöglichkeiten und Absatzmärkten. Ohne gesetzliche Schranken führt das dazu, dass alles nur noch auf Geldlogik basiert, bis hinein in zwischenmenschliche Beziehungen. Dort, wo das heute bereits geschieht, zerstört es Gemeinschaften und führt zu psychischen und psychosomatischen Krankheiten. Fortschritt und Entwicklung Geld und Handel fördern den Fortschritt, weil immer neue Produkte zum Verkauf entwickelt werden, lautet ein häufig genannter Einwand. Und ja, das ist richtig. Der Fokus liegt dabei aber nicht auf dem Nutzen, sondern auf der Verkaufsfähigkeit und dem möglichen Gewinn, schon gar nicht auf Umweltfreundlichkeit. Und er ignoriert, welche Entwicklungen ohne Geld möglich sind und möglich waren. Die Mondlandung der USA zum Beispiel? Ein Schub? Ja, die waren da oben, sonst wären einige Dinge nicht erklärbar. Ein Schubende. War nur möglich, als die Regierung jegliche Geldmittel zusagte, um dieses Ziel zu erreichen. Damit wurde Geld irrelevant und die Mondlandung möglich. Es gibt Gerüchte, dass bereits Ludwig XIV. seine Kutsche mit elektrischen Glühbirnen beleuchtete. Damals war ein Patentamt jedoch noch nicht erforderlich. Später war Edison nur derjenige, der genügend Geld hatte, um dieses Produkt anzumelden und zu vermarkten, sonst wäre es bereits Jahre früher verbreitet gewesen. Geld hat das verhindert. Ja, er hat das Produkt mit einer Versuchsreihe fortentwickelt, die er imstande war, zu finanzieren. Er war Geschäftsmann, der nach Geld strebte. Um den Nutzen ging es ihm nicht. diese Einstellung wird auch in der heutigen Wissenschaft immer penetranter. Nikolai Tesla, der zeitweise bei Edison gearbeitet hatte, hätte ihm und einigen anderen mit seiner Form der Energie Übertragung, welche er gratis anbieten wollte, das Geschäft versaut. Es ist immer noch nicht klar, warum Tesla umkam. Offiziell war es ein Unfall, der einigen sehr gelegen kam. Und es gibt eine sehr lange Liste von technischen Entwicklungen, die ein Geldsystem und das zugehörige Patentwesen verhindert hat. Nicht zum Wohle der Menschen, sondern zum Vorteil einiger weniger. Hinzu kommt die soziale Entwicklung, die deutlich negativ beeinflusst wurde. Der Mensch ist, wie die Psychologie seit langem bestätigt, ein soziales Wesen, das die Gemeinschaft braucht und keine Einzelkämpfer, die miteinander konkurrieren. Im nächsten Beitrag wird die Entwicklung eines Geldsystems betrachtet. Bis dahin danke ich fürs Zuhören. Zuhören, listening to